Moin moin liebe Filmfans und ich begrüße euch zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute stelle ich euch das Mediabook von Wes Craven Schocker vor. Ja, als ich gehört habe, dass Schocker wieder rauskommt in einem schönen Mediabook, da habe ich gar nicht groß lange gefackelt und mir das gleich bestellt. Ja, es gab ja zwei Cover Varianten. Einmal Cover ist ja mal Disc Cover. Ich weiß jetzt gleich so, das ist glaube ich Cover A und das andere Mal glaube ich Cover B. Ich habe mich für das Cover entschieden, weil ich meine auch, dass damals auf der VHS Kassette drauf war, die ich damals auch besessen habe und irgendwann war das ja mal Geschichte und ja, dann war glaube ich eine ganze Zeit, wo man auf dem Index, jetzt ist er runter vom Index und wurde neu geprüft und wurde wieder veröffentlicht. Das ist matt gehalten, das Mediabook. Wir haben hier das Bein, da haben wir Schocker stehen. Da das Logo. Einmal schauen wir hinten drauf. Hier haben wir ein paar Texte, um was es geht. Ich glaube, das war damals, dass er irgendwie magische Teufelsanbietung oder sowas gemacht hat und dann auf den elektrischen Stuhl kam und dadurch wurde er dann glaube ich elektrisiert und konnte dann im allen möglichen Varianten, wo Strom rauskam, konnte er sich dann wieder sichtbar machen und sein Unwesen treiben. Ganz genau weiß ich, dass ich schon jetzt mal über 20 Jahre, mindestens schon hier, wo ich das letzte Mal den Film gesehen habe. Ja, wir haben hier ein paar Bilder, ein paar Zehnbilder. Dann haben wir hier die Lauflänge. Die Lauflänge betrieb DVD, ca. 105 Minuten. BD 110 Minuten. Bild ist 1 zu 85. Sprache, ja, Deutsch, Englisch, Französisch, Stereoton. Ja, gut. Extras. Dann schauen wir uns das einmal an. Hier haben wir die DVD, die eine Lauflänge von 105 Minuten hat. Die hat genau das gleiche Logo wie vorne auf dem Cover. Da haben wir da ein bisschen paar Blitze. Hier haben wir hier nochmal ein paar Zehnbilder. Text. Hier ist ein Interview. Hier haben wir hier ein paar Bilderchen. Ja, Interview mit dem Wesker, Graben, Drehbuch und Drisheur. Da haben wir dann die Blu-Ray, die 110 Minuten geht, die Lauflänge. Genau. Und das ist das Motiv von dem anderen Media Book, was auch noch gab. Sieht zwar auch nicht schlecht aus, aber ich habe mich für diese Variante entschieden, weil die mir besser gefallen hat. Ja, hier haben wir noch den Spruch, den er ganz zum Schluss am Ende des Films dann bringt. Ich habe immer gedacht, es wird nochmal eine Fortsetzung von dem Film geben damals, aber leider kam nichts. Jo, ich hänge wie immer mal einen Trailer von dem Film dahinten dran, damit ihr ein paar Eindrücke davon habt. Ich kann nur sagen, wenn ihr das Media Book noch bekommt, dann greift zu. Es ist einfach sehenswert, der Film. Okay, bis zum nächsten Mal. Wir sind hier heute, um zu bear witness zu der Executionen von Horace Pinker, von unspeakable atrocitäten haben, die Leute dieser Großartigen der Welt gegründet hat. Er ist verletzt von 52 Begründung, 23 Begründung, 23 Begründung, und 37 Begründung in der ersten Höhe. Der Prisoner hat noch weitere Worte? Ja. No more, Mr. Nice Guy. I don't think he's dead. Goddamn. He's among you. Now, Wes Craven brings you his greatest creation. No more! Come on! Shocker. Shocker.